Yo Leute, willkommen zurück bei Tom und Jerry in Housecrap. Beim letzten Mal hatte ich gedacht, dass das das Finale ist, Leute, aber wir haben noch ein paar Level. Deswegen geht es dann weiter, Leute, mit Shit Shoe Krampf und los geht's. Ich wünsche euch noch viel Spaß. So. Warum ich das weiß, Leute, ich habe nachgeschaut im Internet. Ja, und habe gesehen, da sind noch viele Level, obwohl das nicht so richtig angezeigt hat. So, machen wir hier mal alles auf. Ja, ich wollte das alles aufmachen. Und da hat er mich selbst verletzt. Aber die KI ist jetzt schlauer, ne? Weil der hat sich nicht verletzt jetzt gerade. Habe ich gesagt, hat sich jetzt verletzt. Idiot. So, die Bombe will ich auf jeden Fall benutzen, wenn er kommt hier. Ich nehme die Uhr mit. So, das muss auch passieren. Der tötet sich gleich selbst, ey. Daneben? Okay. Yo, ich treffe den, der mich nicht. Also, besser ist er andersrum. Haha. Getroffen. Nehmen wir das Milch. Machen wir hier schon mal auf. Machen wir den Ofen mal auf. Nehmen wir den Apfel mit. Wer ist sowieso gleich tot. Ne? Ich nehme trotzdem die Vase mit. Ich habe mich selber treffen lassen. Alter. Weil ich den Vitamin B holen wollte, ne? So, wo ist der Idiot? Kommt gleich. Ja, der ist sich selbst getötet. Oh, Mann. Aber ich würde auch gerne mal mit Tom spielen, ne? Aber ich glaube, das geht nicht mit einem Player. Ich werde das, glaube ich, irgendwann Co-Op spielen, Leute. Irgendwann. Irgendwann kommt das in einen Stream oder so. Mal schauen. So, Spike dir einen. Das nächste Level, Leute. Das mit dem Laden dauert schon, ne? Habe ich gemerkt. So, hier. Wir müssen den aufwecken mit Instrumente. Und da steht das. Das steht. Also ist angezeigt, Leute. Ich hole mir den Gegenstand schon mal. Wenn ihr den holt, damit wir das direkt von dem nehmen können. Die Regenschirm. Kommt nicht. So, hier muss das irgendwo sein. Stop. Hier im Kinderzimmer. Nein. Doch, da. Die Trompete. So, ich will euch auf jeden Fall alle Instrumente zeigen, Leute. So. Den nächsten. Ich glaube, das ist ein Saxophon, ne? Ich weiß nicht, Leute. Ich kenne mich mit allen Instrumenten nicht aus. Ich bin kein Musiker. Da ist der, ja? Ich glaube, ich lasse den da. Naja, damit der das wegschmeißen kann. Oder? Komm, lass munzen. So hört sich das an. Aber der soll das mal wegschmeißen. So, jetzt hole ich mir den Nixion. Ist halt in der Toilette? Ja. Die Pfeife ist das. So. Ja, soll er schon holen gehen. Komm. Ich glaube, das ist die Trillerpfeife, was der jetzt hat, ne? Ich könnte da nicht von dem schnappen, aber ich will euch alle Instrumente zeigen. Ja, schade ist, dass ich das nicht benutzt habe, ne? Ich glaube, das hört sich an wie die normale Pfeife. So, wo ist die? Ist das vielleicht hier? Ja. So, hab die. Hat der das jetzt? Ich hab das, okay. Ja, das war's mit den allen Instrumenten, Leute. Ich weiß nicht, ob das die alle waren, aber egal. So, zum nächsten Level. Der Boxbeutelhof. Nehmen wir direkt den Apfel mit. Die Vase ist jetzt hier, okay. Ja, soll er tanzen? Aktivieren wir den Vasen mehr schon mal. Wenn der Idiot mal hier hinkommen sollte. Yo, der Nebenzimmer ist zu. Gehen wir mal nach oben. Die Toilette ist auf. Da ist ein Bürste, aber will ich nicht. Aktivieren das mal schon mal alles hier. Das können wir auch aktivieren. Den Schnuller mach ich weg. Die wollte ich mal benutzen, ey. Wenn er mal kommen sollte. Ich tu das mal neben der Bombe. Nicht, dass er sich jetzt wieder umbringt, ey. Ja, wenn er so weitermacht schon. Oh Mann, ist der dumm, ey. Junge, du sollst dich nicht selbst töten. Boah, hat der da mal Milch jetzt. Machen wir das mal wieder auf hier, dass der stirbt. Der stirbt sowieso jetzt weg. Kommst du mal? Wohin mit dir? Komm mal. Ja, komm. Ja, die Bombe konnte ich euch wieder nicht zeigen, Leute. Schade. So, das nächste Level. Alles in Butter. Und danach, Leute, ähm, ja, kommt das Finale, ne? Also kommt nicht direkt Finale. Ich glaub, dann kommen noch drei extra Level. Also drei Level kommen dann noch. Dann war's das, ne? Aber wenn ich mich gut erinnere, gibt's ja einen richtig schwierigen Level. Dann haben wir nicht mit Tom zu tun, glaub ich's, ne? Weil ich, ich glaub, das ist so. Wir werden das schon sehen. Alter, daneben. Boah, schade, dass ich die Bombe nicht aktivieren konnte. Und der kommt nie nach oben, ne? Habt ihr das schon gemerkt? Der tötet sich sowieso, ey. Aber Keller ist auf. Hab ich gerade von unten gesehen. Tom ist ja gerade da unten. Und hier aktivier ich das voll auch umsonst, ey. So, ich nehm die Bombe trotzdem mit. Ich nehm das jetzt mit nach unten, ey. Ich will das jetzt sehen. Sollte der mal hier hinkommen. Ja. Voll falsch gelegt. So, hier. Ja! Der wurde explodiert. Scheiße, der hat uns... ...getroffen. Autsch. Hier, die Vase. Hat der nicht aufgemacht? Okay. Hat der auch nicht. Machen wir auf. Gehen wir ins Keller. Ja, der hat das aktiviert. Wund getroffen. Ja, Idiot. Hier, trist du den Löffel. Löffel. Autsch. Haha. Aktiviert mal. Jo, ich wollte das aktivieren. Ist schon aktiv. Gewesen. Ich aktiviere das nochmal, komm. Oh oh. Hilfe. Macht das Zweig und... Ja. Jo, Vitamin. Da ist das. Was? Oh mal. Ich wollte hier töten. Da ist gestorben. Ja. So, welches Level kommt jetzt? Ja. Dann geht es beim nächsten Mal dann weiter, Leute. Mit Rasenmäher-Raserei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, Leute. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Part. Also bei dem finalen Part dann wieder. Wenn es wieder heißt. Tom und Jerry. In-House-Crap. Ciao, Leute.